Ja, hallo und ein Herz kommt zurück zu Diablo 3 und wieder mal dabei ist der Smoker. Servus. So, wieder hier, wieder da und hier. Smoker am Sport mit Party People. Ich quassle mal, okay? Ich quassle. Okay. Oh, okay. Mein im Winter war leer, okay. Ja, das war leer. Ja, ich hab auch nochmal, ich hab lieber nochmal gucken, dass es doch voll ist und dann wird. Ich verliere die Kontrolle. Ja, ja. Hm? Oh, witzig. Was darfst du gleich? Äh, kommen wir das noch nach vorne oder wollen die wirklich schnell weg? Ey, wir haben für 3,4. Ja. Ja. Ja, aber für wie lange? Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen uns endlich asmodan stellen. Dann auf in die Schlacht. Hm, ja. Hast du den angequatscht, ja, oder? Nö, ich weiß nicht, keine Ahnung, kannst du das, äh, den, was den nochmal anquatschen? Entschuldigung. Oder hast du? Nö, ich nicht. Ich auch nicht, aber irgendwie hat er einen Quest oder so. Hä? Äh, keine Ahnung. Ja, ansonsten müssten wir jetzt hier raus. Gehen. Nicht immer raus. Da hoch sollen wir. Ja. Wir laufen mal hoch. Boah, kurz nach dem Hund geguckt, weil der Hund schon wieder irgendwie... Die Festung ist sicher. Aber unser Kampf geht auf den Schlachtfeldern weiter. Wo Asmodans Kriegsmaschinen tot auf die zerstreuten Verteidiger herabregnen lassen. Tja, noch mal kurz nach dem Hund geguckt, weil der Hund wieder oben randaliert, läufst du erst mal gegen ne Wand. Läuft bei dir. Ja, ne? Was heißt, sie hätte Belial in Caldeon... Wir müssen auch ran. Hm, weiß ich nicht. Gehen wir mal von außen, wir müssen in diese Richtung. Ich denke mal quasi. Boah. Wie zu fiesig. Hm, hier durchwürfen wir ja nicht. Ne, ne, hier vor. Guck mal, hier sind blaue. Wo? Glingt das eigentlich assistisch, wenn wir sagen, dass es blaue? Ich brauche Heilung. Oh, hier. Heilung. Da musste ich auch gerade bei mir. Nein. Oh, die haben jetzt ganz schön was ausgehalten, du. Ja. Ja, zwei Stufen höher. Ja. Na wohl, die Gegner, die wir vor uns geklatscht hatten, die hatten ja nie wirklich, ne? So. Und wenn ich mir jetzt die Gegner angucke, das geht auch relativ schnell. Hm. Gut, die blauen, das war ja so eine Art Boss, ne? Bossgegner. Ja. Okay, das geht auch noch. Oh, hier kommt eine Menge an, du. Ja. Wir müssen irgendwelche von Listen ausschalten, ne? Ja, muss ich nicht. So, schön. Können wir mal mehr Gegner? Ja, wie schon. Jetzt, hier sind zwei Leichen da. Machen wir eine Flage. Hier gibt es nichts, was wir gekleint kriegen. Das war eine tote Leiche. Oh, ein Buch. Diener, meine Brüder im Seelenstein verlieren langsam die Geduld. Ja, ich höre sie sogar hier unten. Ihre Stimmen sind so erbärmlich und schwach, dass sie mich fast schon amüsieren. Und doch sind sie mein Kreis. Nicht der der Nefahle oder des Mädchens. Dies ist... Ihr kommt zu spät. Wir werden alle sterben. Hörst du das gehört, wie negativ der Typ ist? Hast du das gehört, wie negativ der Typ ist? Er kommt zu spät, wir werden alle sterben. Hallo, siehst du, siehst du, siehst du, siehst du? Ich bin, siehst du, siehst du, siehst du. Ich bin, siehst du. Ich bin, siehst du, siehst du. Aber wir werden alle sterben. Ich bin, siehst du. Siehst du, siehst du? Siehst du, siehst du. die ballisten müssen wir irgendwo sein und eine truhe wo gold das kommt zu spät, das nehme ich dir jetzt wieder du kommst hier so leise ich mach mal hier ein bild gesamt lautstärke ein bisschen leiser gesamt lautstärke ist da bei mir bei zwölf also trotz dass wir qual 4 spielen sind die trotzdem schnell weg ne das ist ein gold noch ich habe zwar nicht verständen was sie gerade gesagt haben aber ja das wird nichts jetzt renn doch nicht weg du arschkopf das ist ja furcht was so ja jedes mal die die scheiß mauer ja 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 Hümbel, die Hümbel weg war, oder Hümbel? Mehr Sack als Gasse, oder? Ja, ja, ja. Oh, Tröhe! Gold, Helm! Geht noch! Oh! Und ich hab nur Schrott oft gesammelt! Oh! Ich benötige Essence! Ich benötige Essence! Sag mir mal so anders! Was ist das? ja irgendwie okay dort hat eine menge kohle verloren guck mal da geht es dann weiter schätze mal hier hat man herge muss richtig hier fehlt Essenz im Reinen hier fehlt Essenz ja so Autsch Oh, guck mal, hier! Wo? Na hier? Überall? Ach, das ist ich. Okay, ist hier in der Mitte. Ach, ich hab bisher auch. Okay. Ja, das Ding brauchen wir. Ja, ja. Was ist da? Wusstest du gar nicht erzählen? Ja, ich wusste es. Du lügst doch schon wieder. Ey, ich schub bin nicht weg. Ich schubste nicht. Dann schub ich nicht zurück. Ich hab doch gar nicht geschubst. Ich meine auch nicht dich. Ach, mit mir reden wir von denen, ja? Ja. Ich meine den Toten nicht noch. Ah, die tote Leiche? Ja. Wie kann eine tote Leiche die schubsen? War das ein Zombie? Ja, der war noch. Ach so. Ja. 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 Da. Ja, ich seh ihn. Ich seh ihn nur manchmal. Ist ein Gold noch? Warte, ist ja mehr. Irgendwie. Kommt da, ist er vor. Das ist noch nicht zu Gold. Alter, was? Warte, kack. Ja. Der hat ja ne halbe Mille. Der hat ja ne halbe Mille. Ein normaler aufs Kräuf hier. Oh, bei mir ist er. Ne, der ist bei mir. Wo bist du? Der Gold, der ist hier unten. Naja, ich bin aber hier. Echt? Ja. Ich seh dich nicht mehr. Jetzt hab ich den Gold dann verloren. Habt er es tun? Ne. Ne? Das glaub ich nicht. Ich weiß es nicht. Also ich seh ja nichts mehr. Zehn nur noch hier irgendwie. Keine Ahnung. Oh, es lichtet sich. Oh, es lichtet sich. Hab ich sie auch gesehen, Alter? Weil sie Schiss haben. Die merken, äh, gegen die kommen wir nicht an. 110, ey. Ne, 101, sorry. Das kann ich nicht tun. Hier fehlt Essenz. Ja, auch noch. Alter, was? Was? Ja, die verdoppelt sich immer wieder. Ja. Die fangen sich. Hat das überhaupt ein Ende? Ja, bis zum Schluss hin. Ja, wann sind sie denn mal tot? Die stellt sich verdoppelt vierfach. Die sind tot, wenn sie... Wenn keiner mehr da ist. Okay. Schaffen wir. Die Port auch fliegt sich doch schon. Guck. Haben es geschafft? Yeah. Wir sind das Dream Team. Oh, guck. Oh, guck. Oh, guck. Oh, guck mal rauf. Hier haben wir das nächste. Oh, schön. Warte, ich geh mal rein. Die neuen. Hintermassen. Die Massen kommen ganz allein zu uns. Cool. Es wird doch hier so viel, was ich finde, von vielfach. Keine Ahnung. Ja, ganz schön. Wir müssen ja hier mit allem rechnen. Das kann ich nicht tun. Brummeln. Nicht genug Essen, meine. Das ist noch nicht so weit. Ja, da ist ein Gold noch. Wohin? Da. Hier. Bei mir. Ne, hier. Bei mir. Da bin ich doch. Ach so, gut. Doch, du bist doch hier bei mir. Ja, ich seh's doch nie. Ach so, ja, jetzt seh ich dann. Ja, ich seh's nie. Bei so viel. Wie soll ich mir was sehen? Nehm dir die Augen aufmachst. Meister. Ja, das sind die so runden, zwei runden Dinger da in deinem Kopf. Verstehst? Äh. Äh. Ich hoffe, ich könnte damit weiterhelfen. Ja, sowieso ein Ort, ja. Wunderbar. Wunderbar. Ich helfe mir auch gerne. Ja, danke, danke. Na, guck mal, es kommt noch ein Bein zu. Die war jetzt hier. Die Sackratte haut ab. Guck dir den haben. Ich hatte auch noch einen Schutzmaß um sich. Weil er feige ist. Ja. Das wird nichts. Kleine weg, kleine weg. Jetzt ist er weg. Das kann ich nicht tun. Das kann ich nicht tun. Da ist doch so'n, so'n... Da hat so'n Blaser um sich. Ist das ein Besonderer? Keine Ahnung. Nö. Aber ich seh ihn jetzt nicht. Wo ist er denn hin? Ach nee, der hat immer noch Blaser. Keine Ahnung. Der hat nicht mal viel Leben, der hat... Der ist gut. Kommt da her, der Name? Freud Blase? Hm. Ja, kann sein. Ich benötige es selbst. Okay. Alter, nimmt das auch noch ein Ende? Ne, ne? Ja. Die dürften in der Hölle eigentlich noch keine Dämonen mehr haben, oder? Tja. Da klebt ein... Geht sich. Haben sie noch welche? Tja, stopp. Dann müssen die ja echt rammeln wie die Kornige. Oh, ich hab' ja'n Tour. Warte mal. Oh, ja. Und jetzt? Ja, ich hab'n Tour aufgemacht und da kam'n Kumpel. Und dann bekommt's hier gerade zum Stillstand alles. Das ist so ein Stillstand. Keine Ahnung. Also für ein Stillstand. Also ich hab' hier noch Gegner. Es wird zwar weniger, aber... Die Gegnerzeilen... Also... Sind eigentlich alle weg. Die Läufer auf ihm. Weg waren sie. Tja, das war's. Wir müssen aber noch... Äh, 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 äh? Treporetz, was? Treporetz, was? Treporetz zerstört eins und äh, äh, dämonische Ballisten müssen wir noch eine zu stürmen. Ja, wir sind aber noch noch... Treporetz. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal kurz, äh, wir sind folgende. Okay. Also liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, macht einen Like und unterschreit für einen Kommentar. Bis denn, ciao. Tschüss. Tschüss.